98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Internet und Medien. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation in Berlin. Von wegen, wer bei Facebook ist, hat keine echten Freunde. Facebook ist sogar ein wahres Liebesorakel und kann eine Liebesbeziehung schon 100 Tage, bevor sie bei Facebook öffentlich gemacht wird, vorhersagen. Die Datenspezialisten haben sich dafür die Aktivitäten der User 100 Tage vor, und 100 Tage nach dem Beginn einer Beziehung angeschaut und die Daten analysiert. Und jetzt können sie auch künftige Liebesentwicklungen voraussagen. So steigen bei Freunden, die sich näher kommen, die Pinnwandeinträge und die Besuche auf dem jeweils anderen Profil nehmen deutlich zu. Und nach der öffentlichen Bekanntgabe des Status in einer Beziehung nimmt die Anzahl der Posts zwar mengenmäßig wieder ab, aber die Texte werden intensiver und gefühlvoller. Schlaumacher Spezial Präsentiert von der Makromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Studiere Medienmanagement und sichere dir eine der letzten Studienplätze plus Berlin Stipendium www.paradiso.de